Leo, was hast du? Ich habe einen Nachtrag zu Paper, was wir ja auch schon mal, also Dropbox Paper, wohlgemerkt. Ich weiß nicht, wie viele Paper-Apps inzwischen sonst noch so gibt. Die hatten ja dann nach langer, langer Zeit, also Dropbox Paper ist ja auch ein Dienst, um zusammen an Dokumenten zu arbeiten. Und die hatten nach langer Zeit dann endlich auch tatsächlich mal eine iOS-App rausgebracht oder wohl eine iPhone. Ja, doch, ich habe es auf dem iPad gar nicht ausprobiert, aber für beides, iPhone wie iPad. Und die war am Anfang so ein bisschen arg spärlich, was den Funktionsumfang anging, vor allem, weil du keine Ordner öffnen konntest. Also Zugriffe auf Ordner mit Dokumenten waren einfach nicht vorgesehen. Es waren nur Dokumente einzeln plus Sachen, die dir Leute dich explizit zu eingeladen haben. Das war ein bisschen konfus. Also es gab einfach bestimmte Dokumente, auf die du in der App schwer oder gar nicht zugreifen konntest. Und das haben sie jetzt behoben mit einem, ich weiß nicht mehr, wann genau das Update kam, mit einem der letzten Updates. Und damit ist es natürlich deutlich sinnvoller geworden. Und insgesamt ist Dropbox Paper einfach ein interessanter Ansatz, nochmal, wenn man nach wie vor eine für die eigenen Vorstellungen passende Software zum gemeinsamen Bearbeiten von Texten oder Dokumenten sucht. Im Unterschied zu Quip wirkt es halt immer noch etwas schlanker. Quip hat halt das Problem, dass sie im Laufe der Zeit natürlich auch eine Masse an Funktionen integriert haben, vor allem was natürlich Teamkommunikation praktisch angeht oder wie du dich untereinander austauschen kannst noch. Da ist ja praktisch ein ganzer Messaging-Client noch mit reingeraten. Und ja, das macht es natürlich alles auch etwas überladener. Und Dropbox Paper ist zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch sehr, sehr, sehr schlank und sauber und unbelastet von vielen Zeug. Also es ist einfach wirklich Basis auf Basis und damit sehr schlicht der Basis gehalten. Und ich empfinde es damit als sehr angenehm aus der Sicht eines zielgerichteten Textarbeitswerkzeuges. Also deshalb denke ich jetzt auch die iOS-App, das war halt wichtig, dass die natürlich jetzt nochmal, dass die nachgekommen ist. Und das war wichtig, dass sie diese Basisfunktionen nachgereicht haben, die unverständlicherweise am Anfang gefehlt sind. Und bei Dropbox, manche Sachen laufen da offensichtlich auch ein bisschen langsamer. Die haben ja jetzt auch gerade zum Beispiel für das iPad nach über einem Jahr die geteilte Ansicht nachgeschoben. Also Splitview-Unterstützung in der Dropbox-App selbst. Ich weiß nicht, warum das jetzt ein Jahr gedauert hat. Es scheint hochgradig komplex gewesen zu sein, aber iPad-Benutzer werden es ihnen wahrscheinlich danken, weil es ist schon eine sinnvolle Funktion, die du auf dem iPad für eine App wie Dropbox ja haben möchtest, wenn du dein Dropbox-Nutzer bist. Also insofern, positive Woche oder positive Wochen für Dropbox und die iOS-Apps von Dropbox. Paypal ist ja eine eigene App. Ja. Mit Quip läuft halt eigentlich alles relativ rund. Außer, dass sie halt die ganzen alten Bugs, die seit immer drin sind, nie beheben. Also das ist so ein bisschen seltsam. Ja, also ... Für uns jetzt, ne? Ja, nee, also ich meine, Quip, da funktioniert nach wie vor vieles. Vieles richtig, aber Quip halt ist einfach von den Funktionen so angewachsen im Laufe der Zeit. Ich meine, das ist ja praktisch jetzt, du kannst ja wirklich eine Masse an Zeug machen. Und Dropbox-Paper ist halt wirklich einfach Paper. Ja, da ist es sozusagen nicht viel mehr, aber es ist halt im Moment sehr positiv. Ich bin gespannt, wo es halt ... Nutzt du es? Entschuldigung. Ja, noch nicht sehr intensiv. Also ich habe jetzt noch nicht angefangen, mich da komplett umzuverlagern, um wirklich alles in Paper zu machen. Aber es ist auch so, dass ich auch bei Quip ja zum Beispiel immer wieder auf Quip selbst auch umgewandelt bin, auch einfach für mich, um das als Schreibprogramm praktisch zu benutzen. Und da bin ich bei Quip auch immer wieder gestolpert über manche Sachen. Also ich finde Quip immer noch praktisch, um Texte auszutauschen und zusammen zu bearbeiten. Aber als reines Schreibwerkzeug da ... Ich kann es relativ schwer beschreiben, aber es waren immer Sachen, die mich irritiert haben, früher oder später, und gestört haben und sogar ... Und dazu bewegt haben, vor allem lustigerweise auch einfach wieder zu Google Docs zurückzukehren. Weil in all seiner Seltsamkeit, die Google Docs und allen Eigenheiten, die Google Docs auch aufweist, es ist halt einfach ein leeres Browserfenster, in das du Text reinquetschen kannst. Und dieser Text ist halt überall. Bist du da noch? Bist du noch bei Google Docs? Ja, meistens. Ja, doch. Also einen Großteil mache ich auf jeden Fall noch bei Google Docs, weil es hat sich für mich ... Er hat sich erstaunlich bewährt. Ja, ja. Was ich nicht erwartet hätte. Also was jetzt die Oberfläche angeht und den Umgang mit den Dateien, das ist echt eine eigene Schwierigkeit bei Google Docs, die jetzt ich auch in vielerlei Hinsicht nicht immer optimal finde. Aber das Basis, also einfach ein weißes Platz, in Anführungszeichen, mit einem Cursor drin. Und am Schluss hast du aber diesen Text, den du schreibst, der ist einfach da. Und ich meine, irgendjemand hat sicher auch mal Text da verloren. Aber ich bin bis jetzt recht glücklich damit gefahren und das ist auch schon seit sehr langer Zeit. Ja, ich benutze ... Also wenn ich eine Tabellenkalkulation brauche, nehme ich eigentlich nie mehr Numbers wegen Schmerzen und nehme Google Sheets, die eigentlich so die einfachen Sachen echt okay machen. Du musst halt ein bisschen aufpassen mit Punkt und Komma, weil sie da ein bisschen Amerikaner sind. Aber sonst ist das sehr gut und vergisst nichts meistens. Also mir hat es noch nie irgendwas vergessen. Und das heißt halt auch, wenn ich irgendwann Rechner wechsle und irgendwie unterwegs, dann ist halt die dumme Liste mit Zeug da. Naja, das ist ein unfassbarer Bonus, also der mir auch alle Abstriche und anderen Einschränkungen und auch sozusagen die Skurrilität, die für mich auch noch nicht weggefallene Skurrilität, in einem Browser Text, also den Browser als Textarbeitswerkzeug zu benutzen, was ich nach wie vor eigentlich komisch finde und immer sagen würde, nee, natürlich ist eine native App und ich meine, auf dem Mac gibt es wirklich mehr als genug, native Apps zum Schreiben. Also da kann man sich ja kaum wehren vor Schreibprogrammen, wenn man so, das ist halt die Einfachheit und Bequemlichkeit, die hinter Google Docs und bis zum gewissen Grad jetzt auch Paper steht. Paper habe ich halt jetzt, was die Verlässlichkeit angeht, noch keine so große Erfahrung, aber da würde ich Dropbox aus der anderen Erfahrung mit dem Rest von Dropbox zumindest zutrauen, dass sie das auch hoffentlich gut hinbekommen, dann, das ist einfach ein solcher Bonus. Und das heißt, du hast das Problem mit all den anderen Schreibprogrammen, die sich dann auch immer wieder zwischen iCloud und anderen Lösungen hin und her werfen und Dropbox rein, Dropbox raus und wo du dann am Schluss dastehst und sagst, ja okay, damit kannst du natürlich auch arbeiten und damit kannst du auch umgehen, aber es ist halt einfach schön, Browser aufzumachen und in dieses Fenster reinzuschreiben und das ist halt einfach, ja das ist auch, das ist okay, es funktioniert und der Text ist da auf allen Geräten.